Frankl ist wieder da. Oh, gute Frage. Dann. Tschüss, Frank. Meine Seilschlangen sind gleich alle. Fuck, ich hätte sie umgebracht. Hätte ich Potion genommen und dann noch Flash Ortex, wäre sie gestorben. Komm, Mama, René bringt Essen. Hi, kannst du da irgendwo hinstellen? Ja, wo willst du denn hier? Ja, danke. Ey Leute, das sieht gut aus. Ja, ich weiß. Und, lief gut? Ja, mein Punkt lief weniger. Liesst du dich selbst ja gar nicht? Nein. Das nicht? Doch. Ich weiß noch gar nicht, ob du eine gute Figur abliefst. Könnte ich anmachen, aber ich habe immer eine gute Figur. Ey, das stimmt natürlich. Da komme ich nicht an, Leute. Oh, da hat sie mich noch ausgekaitet. Jetzt die Frage, geben wir noch einen in die W rein? Doch, lass mal machen. Amu ist oben. Natürlich, Leute. Beta-Jungler wins. Ey, komm doch her. Du Hund, Mann. Hallo. Das Gute ist, ihr Poket juckt mich nicht so sehr. Wir können uns auch sehr viel wieder wegziehen. Kommt sie noch? Nice. Leute, wir machen wieder Big Brain Fast Recall. So. Wir garantieren, dass die Wave in die Tower reincrasht. Wir haben einen schnelleren Recall zurück. Let's fucking go. Das war kein Int, Leute. Das war echt Galaxy Brain Move. Reicht das nicht aus? Komm, wir holen Mercs und lassen das dann so stehen. Weil Mercs brauche ich sogar so in dem Game. So, die haben halt Triple AP Damage. Noch nie gesehen sowas. Bis Level 4. Je nach Situation auch Level 5. Ist das smart? Ich gehe jetzt, Gidity. Ich weiß doch gar nicht, wie sie mich irgendwo später töten will. Ja, gar nicht. Guckt, Leute. Durch Mercs sind wir dran geblieben. Ehre, meine Freunde. Ehre. Spaß, Leute. Indiana hat nur Fast Recall gemacht. Sie hat halt bei mir gesehen und dachte sich so, komm, ich mach es auch. Ich bin tot. Aber, Leute. Guck mal. Execute und Fast Recall. Denkt mal drüber nach. Ich musste erst weggehen. Dann müsste ich Recon. Dann müsste ich mich noch hochhellen. Bammala. Ich bin instant in der Base. Hab einen Kill gemacht. Hab Execute. Tippe mich nach oben. Digga, es ist so, als hätte ich nie die Lane verlassen. Ah. Sie hat zu viel Respekt vor dem Captain. Leute, sie will die Minions. Ist das nicht süß? Guck mal, sie will die Minions haben. Komm. Poke weiter. Poke weiter. Bamm, Alter. Chill weg deinen Poke. He, 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 he. Also, wir warten eben auf Ulti. Okay, wir müssen noch kurz überleben. Oh, nein. Oh, Mann. Warum ist der hier? Doofen Nuss. Okay, nice. Die kriegen sie wenigstens. Theorie stehst du 1, 1, 2. Stimmt. Stimmt. Ich stehe wirklich 1, 1, 2. Also, da waren ja beides Executes. Jetzt drücken meine Mates auf Tab und decken sich so kack. War weg, ne? Okay. 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 Okay, wie kann es sein, dass der Amumu weiß, wo er zu ganken hat und meinen Jungler nicht? Manche nennen das Top-Lane. Digga, ich habe hier zu viel Top-Lane. So, ab irgendwann kommt dieser Punkt, ne? Wo ich mir denke, Alter, warum spiele ich über Top-Lane? Enemy du Bläh. Okay, ich habe Papier-Damage. Ich habe auch Ultra-Papier-Damage. Okay. Dann gehen wir in die Base und tippen uns hoch. Ich ging davon aus, dass ich ihn wegscheppern kann. Äh, ihn wegscheppern kann. Turbo-Int. Aber was heißt Int? Ich meine, ich bin nicht gestorben, aber ich habe halt echt gut was gewastet. Lol. Ich bin schon zweimal in die Tower ge- Ich bin tot. Puh. Alter, wie kann ich zweimal in die Tower reinjumpen? Okay. Also ich muss sagen, ne? Ab dem Moment, wo Conqueror geprockt ist und ich dann ne Coup mache. Alter, die Heilung ist ja insane. Und dann mit Visage. Ey, das stelle ich mir echt super strong vor. Krass. So, jetzt bauen wir Visage. Soll ich nicht Borg holen? Ich stelle mir Borg eigentlich voll geil vor. Borg, 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 Borg. Ist Diana jetzt noch oben? Doch, die ist oben. Okay. Leute, jetzt klatschen wir sie weg. Okay. Easy. Alter, die Heilung ist so Borgers. Meine Fresse. Ey, ich konnte mich nicht mal bewegen. Egal, Leute. Gönnt euch, Team. Kommt, gönnt euch. Gönnt euch. Gebt. Es ist's. Da regnet es vom Himmel. Aber irgendwie sehen die Werte hier low aus, ne? Ich hab 840 hier aus Conqueror raus. 980. Bonus-Teilung aus Revitalize. Okay, wobei, Revitalize tickt ja dauerhaft. Ne? Wenn Second Wind tickt, tickt es. Wenn ich Q mache. Wenn ich Autotech. Technisch sehen auch, wenn ich Autotechs mache. Ähm. Deswegen ist das hier vielleicht nicht fair, das so nochmal zu erwähnen. Lauf, Wafik. Lauf, da geht's Pussy. Ach so, it's over. Digga, ist nicht Renek. Digga, du Wichse, Mann. Warum Renekton? Ich hab da dieses Geld am Start. Sie mag mich und ich sie nicht. Wie bringe ich ihr das bei? Box sie in den Bauch. Du bist... Ey, Leute, das war ein Joke. Ah, McRasp ist schon um einiges entspannter im Traden. Okay. Ich wollte nicht haben, dass sie da noch den Kill macht. Lisa an der Seite. Ich bin nicht ges... Lol. Echt jetzt? Seriously, ich bin nicht gejump... Oh mein Gott. Komm ich da noch an? Nee, jetzt ulti ich wieder. Nee, jetzt ulti ich wieder. Danke für die Ward. Ist der Base gegangen? Lol, lol, was macht der? Schenkt der mir die Tower? Er kriegt doch mittlerweile Probleme rein, um mich reinzutrainen. Irgendjemand ist gleich oben. Schwöre euch, Leute. Irgendjemand ist gleich oben. Oh-oh. Scheiße, fast zweimal verklickt. Ich meine... Smuff. Warum gehen die Leute in der Regel immer dann in die Base, wenn es am wichtigsten ist? Übernehme ich das? Huh. Smuff. Ich hätte das Water hinten nehmen sollen. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ah, Smurf, Leute. Leute, ihr folgt einem Bart niemals in die Journey rein. Niemals. 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 Nie, 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 nie und immer. Rar. 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 Einfach Kreiselficker gemacht, Leute. Einfach Kreiselficker gemacht. Let's go. Let's go. Cool. Nicht cool. Lasst... Leute, ich lasse mir Zeit. In der Ruhe liegt die Kraft. Loll. Gege. Warum heute so gestresst? Bin ich gestresst? Ey, hört... Hört auf, die Bolas zu! Ihr Wichser. Ich hab... Ich hab vielleicht ein bisschen genossen. Ich hab vielleicht ein bisschen genossen. Bei mir wieder... Bis zum nächsten Mal.